So, da bin ich wieder. Dann wollen wir mal weiter. Snapper! Jetzt! Yo, moin Diego. Wo sind das denn für Viecher? Schwarze Goblins, oder? Goblin-Krieger? Goblin-Krieger? Ach, wie putzig. Hehehe. Oh ne, nicht schon wieder. Keine Sorge, Degos sind scherblich. Erstmal sammeln wir das hier ein. Und wir lesen die Seite, die wir eingesammelt haben. Ich lese mal wieder vorne. 169. Tag. Heute werde ich es schaffen. Ich weiß es. Die Götter stehen mir bei. Ich habe alles versucht, seinen Treu zu tönen. Härtester Stahl zeigt keine Wirkung. Pfeile prallen von ihnen ab, als wären seine Haut aus Stein. Nun werde ich mich dieser magischen Spruchrolle bedienen, die mir der Händler in Corinnes verkauft hat. Sie hat mich 50 Goldstücke gekostet, aber der Gewinn, den ich durch die Trophäen bekomme, wird mich reich machen. Heute werde ich einen Treu töten. Hat man gesehen. Skelettchen. So. Was ist das denn für eine Spruchrolle? Schrumpfen! Sehr nett. Werden wir auch gleich einsetzen, aber erstmal wollen wir Diego hier mit dem Goblin-Krieger helfen. Die so putzig schwach sind. Aber... Das ist diesmal ein ausgewachsener. So. Er beschäftigt sich mit Diego. So. Nur um das mal zu zeigen. Wir ziehen ihn so wenig ab. Und jetzt hier. Zack. Das war fantastisch. Mann, du hast ja einiges drauf. So. Jetzt hol dir den Fokus. Ich passe auf, dass keine weiteren unangenehmen Überraschungen auf uns zukommen. Gut. Da hinten ist eine Wende. Winde. 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 Wende. Können, wollen, müssen. Egal. Bevor wir die betätigen, speichern wir. Denn wenn sie klemmt, gibt es keine Möglichkeit sie zu reaktivieren. Verdammt. Nein, das war natürlich ein Scherz. Dego. Die Winde scheinen zu klemmen. Lass mich mal. Vielleicht kann ich da was machen. Oh, na toll. Ja. Ihr alle habt mein SMS-Ton gehört. Ich werde die gleich angucken, nicht jetzt. So. Jetzt sollte es eigentlich wieder gehen. So, wir werden sie auch gleich mal benutzen. Es klappt. Und natürlich wieder Goblin-Krieger. Aber egal. Die Metz sind wir ja nie da. Kommt ihr hier Drecksviecher. Ja. Und Diego steht da ganz in Ruhe drum. Die machen ja ganz schön viel Schaden. Aber egal. Wir holen uns jetzt unseren Fukus. Ja. Da oben ist er. Das hört sich blöd an. Oh, ich hab's gewusst. Hartling. Ich hasse Hartling. Stört. Stört, hab ich gesagt. So, erledigt. Fokus aus der Treuschlucht. Oh, oh. Das war ein bisschen aktiv. Glück. Das sagen wir mal wieder mit Diego. Hey, du hast den Fokus also gefunden. Sehr gut. Ich werde mal wieder die Lage im Eisenlager prüfen. Viel Glück noch. Sie tut das du am Leben bleibst. Wir werden uns wiedersehen. mach's gut und zwar werden uns jetzt wir werden uns jetzt wir Teleport zu den Wassermalien teleportieren denn wir haben ja eine Spruchrolle von Saturas gekriegt Saturas ich bin wieder da sei gegrüßt ich habe in der Trollschlucht einen Fokus gefunden das ist ein Anfang du schlägst dich gut es fehlen noch drei Fokussteine um unseren großen Plan durchzuführen gehe nun und suche die restlichen Fokussteine du hast die Teleport Spruchrolle verbraucht wie ich sehe hier, nimm eine Null ich habe in der Bergfestung einen Fokus gefunden das ist schon der zweite Fokusstein den du uns bringst wir kommen unserem großen Ziel immer näher schlag dich tapfer und suche nun die restlichen zwei Fokussteine ich habe in der Kloster einen Fokus gefunden Gorn der Söldner war dort und hat mich bei der Suche unterstützt unglaublich nun haben wir schon insgesamt vier Fokussteine nur noch ein einziger fehlt uns dann haben wir alle ursprünglichen Steine in unserem Besitz du hast unserer Gemeinschaft du hast unserer Gemeinschaft schon jetzt sehr viel Ehre erwiesen finde den letzten Fokusstein und unsere Befreiung steht kurz bevor ich habe unter dem Stonehenge einen Fokus gefunden fantastisch nun haben wir alle fünf Fokussteine in unserem Besitz deine Taten sind von unschätzbarem Wert für unser Lager sei dir meines ewigen Dankes gewiss gehe nun zu Riordian er wird dir einen Ausgleich für deine unermesslichen Mühen geben sprich auch mit Krodos dem Hüter des Erzes auch er wird dir ein Geschenk unserer Gemeinschaft überreichen gut kann nun die Sprengung des Erzhauptens beginnen wir haben jetzt alle Artefakte zusammen die unser großes Vorhaben benötigt doch die Erschaffung der Barriere wurde von zwölf Magiern durchgeführt um die gewaltigen Energien zu kontrollieren und in die richtigen Bahnen lenken zu können sind wir Wassermagier nicht genug was machen wir dann? mir ist bewusst dass du schon sehr viel für unsere Gemeinschaft getan hast und wir stehen tief in deiner Schuld doch im Interesse aller Koloniebewohner muss ich dich noch um einen weiteren Gefallen bitten ein weiterer Gefangen? ja begib dich ins alte Lager und versuche einige der Feuermagier für unsere Sache zu gewinnen die Feuermagier? warum sollten die Maden den Speck verlassen wollen? ein Zusammenbruch der Barriere würde ihre Machtposition zunichte machen genau aus diesem Grunde musst du dich um diese schwierige Mission kümmern du kennst Leute aus allen Lagern der Kolonie erinnere die Feuermagier an die alten Zeiten als sie noch gemeinsam die magischen Künste studierten nun gut ich werde versuchen die Feuermagier zu überreden aber ich kann nichts versprechen das scheint mir fast unmöglich du musst es versuchen wenn du keinen Erfolg hast dann gibt es nur noch einen 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 was? vergiss das du musst Erfolg haben hier nimm diese Zauberrone überbringe sie Choristo dem obersten Feuermagier als Zeichen unseres Vertrauens na komm lau schneller die Zeitwörter hin jederzeit vorbei an allen Wachen mitten in diesem Raum teleportieren ich hoffe das überzeugt unsere ehemaligen Freunde von unseren guten Absichten mögest du in einem Stück zurückkehren BAM Kapitel 4 ZARAS